Hans van Bebber Heizungsbau Wir liefern herausragende Handwerksqualität seit über 50 Jahren. Begleiten Sie uns vom Firmenstandort in Strahlen hin zu einem Kundenprojekt nach Petershagen. Für die Gärtnerei Anne Niemann planten und projektierten wir das gesamte neue Wärmesystem. Hier bauten wir einen 500 Kubikmeter Großpufferspeicher mit einer Höhe von 16 Metern. Frau Niemann, was hat das Team von Hans van Bebber bei Ihnen realisiert? Wir arbeiten schon seit dem Jahr 2011 mit Hans van Bebber zusammen. Wir haben damals eine Biogasanlage gebaut und wollten die Abwärme hier in der Gärtnerei nutzen und haben uns entschlossen ein Wärmenetz zu bauen und einen Pufferspeicher. Wie wurden Ihre Stillstandszeiten auf ein Minimum begrenzt? Wir konnten aufgrund der guten Absprache die Arbeiten in die Jahreszeiten verlegen, in der wir gar nicht richtig kultivieren hier im Betrieb. Und deswegen sind eigentlich gar keine Stillstandszeiten entstanden. Das war super. Was gefällt Ihnen an der langjährigen Zusammenarbeit mit Hans van Bebber am besten? Ja, es ist ja nicht nur eine Zusammenarbeit, es ist eigentlich eine richtige Partnerschaft. Also Sie kennen unseren Betrieb in- und auswendig, unser Heizungssystem in- und auswendig. Und es ist einfach super, dass Sie jederzeit uns helfen. Wir sind sehr zufrieden mit dem Service nach der Bauphase. Hans van Bebber ist jederzeit zu erreichen und immer offen für alle Fragen oder Probleme, die sich hinterher noch stellen und hilft immer sofort. Was raten Sie anderen Kollegen, die vor den gleichen Entscheidungen im Auswahlprozess stehen? Ja, man sollte auf alle Fälle genau vergleichen und auch genau auf die Leistungen gucken, die angeboten werden. Und bei Hans van Bebber weiß man einfach, dass alles aus einer Hand kommt und alles gut klappt. Ja, jetzt waren wir gerade in Ihren Hallen und stehen wir im Rufladen. Hier wird ja auch Wärme benötigt. Ja, genau. Wir benötigen auch Wärme hier bei uns im Endverkaufsbetrieb, damit unsere Kunden es natürlich schön warm haben, gerade auch im Winter. Im Sommer passiert das allein durch die Sonne, aber jetzt im Winter müssen wir natürlich heizen hier. Dankeschön. Fundierte Beratung, exzellente Planung und fachmännische Durchführung. Sehen Sie hier unsere Kontaktdaten. Hans van Bebber Heizungsbau Caridio Image und Eventfilm Produktion